Ja, willkommen zurück, Murder-Soul-Suspect. Uah! Ist ja schon mal ein super Anfang. Wir sind immer noch in der Kirche und wir wollten nochmal oben auf der anderen Seite vom Balkon, wollten wir nochmal schauen, ob da noch, ob wir da nochmal irgendwie hinkommen vielleicht. Steht da eine Möglichkeit, irgendwie da rüber zu kommen? Ah, da, Moment, kleinen Moment. Jawohl, sehr schön. Vielleicht finden wir hier noch was, irgendwas zum Lesen oder so. Da hinten ist doch was. Uah, geht weg, ihr Geister. Da ist doch noch was, sammeln. Alle guten Dinge sind zwei. Ich sagte ihm, er sollte mich nochmal fragen. Ich hatte Glück, dass er mich nicht verließ, nachdem er keine Antwort auf seinen ersten Antrag bekommen hatte. Er muss mich wirklich lieben. Er grinste und kniete sich mitten auf der Straße in einer dreckigen Pfütze. Es war ihm egal, denn er wusste, was es bedeutet. Ich hatte die Entscheidung schon getroffen, endlich. Er nahm meine Hand und sagte, willst du? Und ich sagte, ja. Ich ließ ihn nicht mal bis mich heiraten kommen. Wir wussten es einfach und lachten. Das war ein sehr gutes Zeichen. So, da haben wir doch noch eine Dutiz gefunden. Das ist doch supi. Also kommt man dann auch so rüber, wenn das verschlossen ist. Das ist gut zu wissen, denn dann können wir in der Stadt eigentlich auch diese Boiler da finden oder diese anderen Sachen. Machen wir das mal. Gehen wir wieder zurück zur Stadt. Verdammt, was jetzt? Verdammt! What? Wow, 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 wow. Also, wo ist sie hin? Keine Ahnung. Komm schon. Sag mir, wo sie hin ist. Los! Zack, zack. Welche Hinweis sagt mir, wo sie hin will? Lauter Schrei. Identität des Mörders. Mutter der Zeugin wird vermisst. Motiv des Mörders. Notiz der Mutter der Zeugin. Dachboden der Kirche. Oder ausgerissen der Zeugin. Ich vermute, dass es um die Notiz geht, weil wir gesagt hatten oder herausgefunden haben, dass es ja auf dem Revier liegen muss, das Buch. Weil sie als Profilerin gearbeitet hat, die Mutter. Für die Polizei. Deswegen vermute ich, dass das der richtige Hinweis ist. Die Notiz besagt, die Zeugin soll das Buch zu dem Glockenmörder holen. Geh jetzt und finde mein Buch im Revier. Wir sind nicht mehr sicher. Ich versuche dich zu finden, bevor ich gehe. Und das war richtig. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Zielort der Zeugin. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Klar. Sie ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Finde ich auch. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Wow. Na gut. Erzähl's mir nicht. E-Zigarette? Police Station. Zeit zurückzukehren. Da fehlte, glaube ich, ein bisschen, äh, Voice. Soweit wie es sich so anhörte. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt auch in der Stadt Besuch bekommen werden. Okay, Scheinwerfer. Wie gibt dich zum Polizeirevier? Aber natürlich. Das machen wir. Aber, ich würde gerne noch... Wie viel müssen wir denn noch finden von denen? Lauter Schrei haben wir schon gelesen. Mutter der... Tier... Der Mutter. Da, 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 da. Da, da, da. Nebenfälle. Wo ist denn das mit den Beulern? Hier war das, ne? Ewige Flamme. Noch drei Stück müssen wir davon finden. Würde ich doch schon gerne tun. Aber wir wissen ja jetzt so ungefähr, wie wir auch... Da hinkommen. Da oben zum Beispiel kommen wir auch hin. Wenn wir da oben... Die Frage ist nur, wie. Huch. Kommt man da oben drauf? Irgendwie? Wenn man hier vielleicht Besitz ergreift? Kommt man da irgendwie... Ich glaube... Na. Ne, da geht's, glaube ich, leider nicht. Hätte ja gut sein können. Ich versuch's vielleicht nochmal von hier, aber... Ne, dafür stehen die zu weit weg. Das ist leider zu weit weg. So. Ähm. Nun gut. Sollten auf jeden Fall ein offenes Auge haben... Für solche Ecken und Kanten, wo wir dann... Vielleicht doch so weiter reisen können. Hier war doch auch irgendwas gewesen, ne? Was ist aber denn hier? Hier können wir irgendwas tun. Irgendwas, aber... Aber was? Ah, Moment. Ne, das war verstecken. Wir können hier irgendwas wieder sichtbar machen. Aber was? Geht das von hier aus vielleicht? Oder hatten wir das schon aufgedeckt in der letzten Folge? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich hab's... Ich hab's total vergessen. Normalerweise kann man das irgendwie... Aber wo sollen wir denn da hinkommen? Ach, guck mal an... Guck mal einer an. So, noch zwei zum Aufdecken. Also, einen weiß ich ja noch, der ist ja noch in der Stadt. Das weiß ich wohl. Aber wo verdammt nochmal ist dann der andere? Halten wir nochmal ein bisschen die Augen auf in dieser Folge und schauen uns nochmal ein bisschen um, ob wir noch die Flammen finden. Das kann ja gut sein. Da kommen wir auch rüber. Die Frage ist nur... Was bringt uns das? Ah, was haben wir hier Schönes? G-Soda-Berg-Familien-Foto. Sie hatte so viel Potenzial. Das ist ein furchtbarer Schocke, gerade jetzt. Sie wurde am Smith College angenommen und war auf dem Umzug vorbereitet. Okay. Das ist schon mal echt super, dass wir es rausgefunden haben, dass wir dann auch so an, ja, versteckte Orte kommen. Oder beziehungsweise an Orte, wo wir sonst normalerweise gar nicht hingelangen würden. Das heißt, wir versuchen dann einfach mal ein paar Sachen noch zu finden hier in der Stadt. Bevor wir, wie gesagt, weiter mit der Hauptstory begehen. Würde ich jetzt mal sagen. Oh, jetzt ist Absperrwand weg. Und der Polizeiwagen. Wird wahrscheinlich jetzt am Polizeirevier stehen. Ich werde natürlich jetzt nicht links lang gehen, sondern werde jetzt rechts lang gehen. Um natürlich noch zu schauen, ob wir irgendwo... Was haben wir hier? Was ist das denn? Okay. Ach, der Tatort ist ja schon bereinigt, so wie es aussieht. Ne, war doch hier, oder? Ja. Ja, ist alles schon aufgeklärt mittlerweile. Ist die Zeit schon so ein bisschen vergangen. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen umsehen hier. Nochmal. Wo wir vielleicht hinkommen. Hier war zum Beispiel ja auch was, ne? Oder hatten wir... Ne, das hatten wir, glaube ich, schon da oben. Da waren wir ja mit der Katze, stimmt. Ich entsinne mich. Als wäre es gestern gewesen. Dankeschön, Vergangenheitsflexi. Aber hier war was, genau. Kommen wir denn... Irgendwie an diesem Boiler dran da, oder? Besteht da irgendwie... Mit einer Katze könnte man da durch, oder? Weil ich glaube nicht, dass wir da irgendwie so dran kommen. Und da drin sind auch keine Geister, wo wir eben rüber switchen können. Das heißt, da muss irgendeine andere Möglichkeit geben. Aber welche? Und ihn können wir ja... Oder? Hi, Kumpel. Bist du im Dienst, oder was? War ich mal. Hab hier zehn Jahre gearbeitet, bis ich's nicht mehr ertragen konnte und mir ne Kugel verpasst hab. Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von einem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detektiv und ich ein... bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir's dabei. Von mir aus, ich wollte bloß helfen. Wir können aber anscheinend... Ich sagte, belassen wir's dabei. Ja, 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 aber anscheinend können wir ihm nicht helfen. Hm, wie kommen wir denn da hin? Frag ich mich. Ich könnte mir nur vorstellen mit der Katze. Er war ein bescheidener Friedhofswärter. Wie kommen wir mit der Katze irgendwie hier raus? Ich glaube nicht, ne? Weil das ist extra ein abgesperrter... Abgesperrter Bereich. Moment. Ich probier mal eben was. Darauf würde ich gerne kommen. Vielleicht funktioniert's ja irgendwie. Wie? So. Probieren wir das mal. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Also man kommt aus dieses Areal nicht raus, weil die Katze extra dafür bestimmt ist, dann hier zu bleiben. Deswegen denke ich mir mal, dass wir da keine Möglichkeit haben, die Katze zu nutzen. Haben wir das auch ausprobiert. Hm. Und das bringt uns ja eigentlich nichts, hier zu verstecken. Also zumindest jetzt noch nicht. Gut. Den Boiler, den behalten wir mal im Hinterkopf. Jetzt ist die Frage, ob wir noch irgendwo anders einen finden. Was haben wir denn da? Ach, guck mal an. Haben wir auch noch nicht gelesen. Plakat des, äh, Plakette des Ashland Hills Friedhofs. Der Ashland Hills Friedhof wurde 1632 gegründet als Teil des Kirchenfriedhofes für die neu ankommenden puritanischen Siedler der Kolonie in Massachusetts Bay. Gewisse traumatische Ereignisse erweiterten den Friedhof erheblich um und eines davon gab ihm seinen Namen. 1665 erkannte ein Schiffsbesatzung von Immigranten aus London, die von der Pest flüchtete, dass sie bereits infiziert waren. Sie wurden im Friedhofsgebiet unter Quarantäne gestellt und warteten dort auf den Tod. Nach ihrem Tod wurden die Leichen verbrannt und die Asche vergraben. Seitdem ist der Friedhof als Ashland Hills bekannt. Okay. Das klingt interessant. So. Wo ist der andere Boiler? Kommen wir hier rein? Irgendwie? Sieht auch nicht so aus, als wäre da was drin. Ah, hier konnten wir auch was machen. Genau, ich entsinne mich. Da war eine Treppe. Und irgendwo konnten wir auch so rüberspringen oder sah zumindest danach aus. Da ist der andere. Aber wie kommt man da rüber? Haha. Das ist jetzt die große Frage oder die große, gruselige Frage. Weil so kommen wir ja nicht darüber, ne? Oder? Nein. Nein. Hm. Wie kommen wir dort rüber? Ich schaue mal eben hier, ob wir hier vielleicht noch eine Möglichkeit haben, dort hochzukommen. hier ist noch eine Treppe. So. Lalalalalala. Das können wir entfernen. Aber was bringt uns das denn? Es muss ja irgendeine Möglichkeit haben oder eine Möglichkeit geben, wie wir da raufkommen. Vielleicht denke ich auch einfach wieder viel zu kompliziert oder so. Dass es einfach viel einfacher ist. Also, falls ihr das wisst oder so, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare, weil ich bin momentan, stehe voll auf dem Schlauch, wie wir da dran kommen. Und auch bei dem anderen Boiler oder so. Weil das wären die zwei, die wir noch, die zwei, die wir noch finden müssen für die Geschichte dann, die nächste Geschichte. Und ich finde die Geschichten sehr geil, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Und auch schön erzählt, vor allen Dingen. Aber das ist auch fies mit dem Boiler, dass da eine Leiche drin lag. Jetzt überleg mal, du trinkst da die ganze Zeit immer Kraneberger. Kennt ja jeder von euch Kraneberger. Und irgendwann findet man da raus aus dem, in dem Boiler, wo das Kranewasser einkommt, lag eine Leiche jahrelang. Du Kacke. Ja, hier kommen wir ja auch nicht weiter, ne? Irgendwie bei dem mysteriösen Mordfall. Hm. Jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht klärt sich das ja alles auf, hier so ein bisschen. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal ins Polizeirevier. Gucken wir, was uns da erwartet. Natürlich. Es ist alle im Policedepartement betreten. Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder Leinwaldstütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. heute Nachts war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Ich sollte nachsehen, ob es neue Spuren in meinem Mordfall gibt. So, da werden wir heute auch. Was haben wir denn hier Schönes? Details untersuchen. Größe circa 1,90. Gewicht circa 95 Kilogramm. Bauathletisch. Äh, Kakuasisch. Kaku, was? Kak? Nee, Kaukasisch. So. Äh, Augenfarbe Blau. Erkennungsmerkmale immer mit Maske und Kapuze. Blaue Augen hat er noch im Übrigen. Haben sie auch nicht hingeschrieben. Und anscheinend trägt er ja so ein Drei-Tage-Bart. So wie es aussieht. Obwohl er eigentlich eine Maske trägt. Aber nee, ist ja auch egal. Informationen. Die Polizei glaubt, der Glockenmörder hat blaue Augen. Warum stand das gerade nicht da? Habe ich gerade noch erwähnt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte sein Gesicht kaum sehen, als ich ihn konfrontierte. Konfrontierte. So. Untersuchen. Was haben wir denn da Schönes? Update zur neuen Entwicklung. Vermisste Poster. Joy und Cassandra Foster. Die werden also gesucht. Flyer vermisst Meldung. Stuart wollte ein Update zu etwas aufgrund kürzlicher Entwicklung. Aufgrund kürzlicher Entwicklung. Was ist passiert? Er hat noch nicht gepatzt. Wird er aber. Wo ist die verdammte Glockenmordakte? Habe ich sie in meinem Büro vergessen? Er hat noch nicht gepatzt. Wird er aber. Spänen wir mal eben auf seinen Notizblock. So, Spänen. Ja, das kennen wir schon. Ankunft der Leiche in der Leichenhalle 20.40 Uhr. Todesursache Obduktion Ausstehen Vorläufige Forensik Keine Fasern Kein verdächtiges Blut DNA Keine Fingerabdrücke Am Tatort Meine Leiche Muss bereits Hier angekommen sein Wenn sie in der Leichenhalle ist Bereiten sie wohl gerade Meine Obduktion vor Das ist surreal Stimmt, sie müssen auf die Obduktion warten Für eine offizielle Todesursache Obwohl ich drei Stockwerke auf dem Asphalt gefallen bin Und auf mich geschossen wurde Siebenmal in die Brust Der Mörder hat mittlerweile So viel Übung Dass er nie etwas Zurückführbares Hinterlassen würde Ich nehme das mal Das war falsch Nein Okay Dann kann es ja eigentlich Nur eins von denen sein Das ist eine 50-50 Chance Ich glaube ich ruf mal den Den Telefonjoke Hätte ich gerne Mal das gibt's doch nicht Wieso Wieso den Forensik Warum Forensik Das muss mir einer erklären Es gibt nichts zu sammeln Nichts Sie haben nichts gefunden Wieso ist der Hinweis denn wichtig Es wäre doch viel wichtiger Vielleicht die Leiche zu gucken Oder vielleicht die Todes Ja Todesursache ist Obduktion ausstehen Ja aber Es ist egal Ist egal Verstehe ich nicht Die Polizei findet keine Hinweise Toll Das habe ich gerade auch schon erwähnt Eine der besten Sichtungen des Glockenmörders Und sie haben keinerlei verfügbare Beweise oder Hinweise gefunden Das habe ich gerade gesagt Wieso musste ich denn da noch jetzt Noch gucken und alles Oh Gott Na egal Was haben wir denn da schönes Opfer Dopfer Verbindung zwischen den Mördern Äh zwischen den Morden Nicht zwischen den Mördern Ist ja nur einer Alle Opfer an der Tafel waren junge Frauen Ohne Anzeichen sexueller Gewalt Hm Das stimmt Nein Sir Das wüsste ich selbst lieben gern Wie er das Telefon hält ne Voll merkwürdig Nein Was der Typ dafür bezahlt Liegst du gehörig falsch Pass auf was du sagst Rex Jeder weiß er war dein Schwager Daran brauchst du uns nicht zu erinnern Verlierst du nochmal die Beherrschung Werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen Verstanden? Finde den Typen Oder irgendwas das uns direkt zu ihm führt Sofort Das ist ein Befehl Ja Verstanden Rex Frustration Rex ist angesichts fehlender Beweise Und ausbleibendes Fortschritts In meinem Fall frustriert Kann ich verstehen Äh Was steht da? Rechnen Was steht da? Konnte ich jetzt gar nicht so schnell lesen Ähnlichkeit des Symbols Steht das in Verbindung mit dem Symbol des Glöckenmörders? So Dann werden wir gleich mal Oh Moment Da haben wir noch jemanden Da ist doch auch noch was Ja das stimmt So Dann werden wir in der nächsten Folge Würde ich sagen Mal wenig unseren Poltergeist spielen lassen Also uns Und Werden uns dann mal Auch noch diese Karte ansehen Aber das machen wir alles in einer weiteren Folge Murder Soul Suspect Und ich schalte dann wieder ein Ich würde sagen Bis denne Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.